Moin ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Ich bin Sina und ich zeige euch heute das neue Live-Cockpit Professional im 3er BMW. Ich erkläre euch, wie ihr es nutzen könnt, welche verschiedenen Ausführungen es gibt und wie ihr es sogar mit eurem Handy verbinden könnt, um die Connected Services zu nutzen. Steigen wir gleich mal ein. Es gibt drei verschiedene Varianten beim Live-Cockpit. Die kleine heißt Live-Cockpit, die mittlere Live-Cockpit Plus und die große Live-Cockpit Professional. Das Live-Cockpit hat ein 8,8 Zoll großes Display, hat aber noch ein zweites beim Tacho, das ist 5,7 Zoll groß. Da hat es auch analoge Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser. Außerdem gibt es eine Freisprecheinrichtung und eine USB-Schnittstelle. Und ihr könnt euren BMW mit der Connected Drive-App verbinden und so von eurem Handy auf das Auto zugreifen. Das Live-Cockpit Plus hat zusätzlich zum normalen Live-Cockpit ein Navi. Außerdem hat es in der Mittelkonsole einen iDrive-Controller mit Touch und einen USB-C-Anschluss. Außerdem hat es noch einen intelligenten Sprachassistenten und WiFi, womit man dann Apple CarPlay nutzen kann. Das Live-Cockpit Professional hat natürlich alles, was das Live-Cockpit Plus und das Live-Cockpit auch hat. Es unterscheidet sich ganz besonders in den Displays. In der Mitte das Control-Display ist größer mit 10,25 Zoll. Das Instrumenten-Display vorne ist erstmal voll digital und hat eine Größe von 12,3 Zoll. Hier ist noch eine Sonderausstattung verbaut und zwar nochmal ganz vorne das Head-Up-Display. Außerdem in der Professional-Variante enthalten der Intelligent Personal Assistant oder besser bekannt als Hey BMW. Wir gehen jetzt endlich mal rein ins Auto. Ihr kennt jetzt die verschiedenen Varianten der Live-Cockpits. Ich zeige euch am Live-Cockpit Professional, wie ihr die Ansicht für euch personalisieren könnt, sodass alles komplett auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dafür geht ihr einfach auf Einstellungen. Dann könnt ihr hier eine neue Seite hinzufügen. Habt die Möglichkeit, die Widget-Inhalte für euch auszuwählen. Einmal auf Plus, dann gibt es verschiedene zur Auswahl. Media, Routenvorschau. Ich nehme mal das Wetter, damit wir wissen, wie es draußen ist. So, jetzt haben wir Wetter. Nehmen noch eins. Vielleicht das Navi. Einfach auf die Kartenansicht. Übernehmen. So, Navi. Fertig. Jetzt ist es eure Ansicht. Ihr könnt zwischen den verschiedenen Seiten hin und her swipen. Ganz einfach und alles ist perfekt auf eure Bedürfnisse zugeschnitten. Die Ansicht ist personalisiert. Jetzt zeige ich euch hier auf dem volldigitalen Instrumenten-Display nochmal, welche Anzeigen es gibt. Ganz links die Tankanzeige. Hier die verbleibende Reichweite. Daneben seht ihr die Uhrzeit und die Geschwindigkeitsbegrenzung, finde ich hier sehr schön angezeigt. Hier könnt ihr sehen, wie schnell wir fahren. Gerade stehen wir. Auf der anderen Seite gibt es dann die Außentemperatur und die Temperatur des Kühlwassers. Es gibt aber noch die Möglichkeit mit dem Bordcomputer, das ist der Knopf hier links, sich ein bisschen durchzudrücken und zu schauen, was es noch alles so gibt. Einmal haben wir hier den durchschnittlichen Verbrauch. Danach Informationen zu Fahrtbeginn. Als nächstes die G-Kräfte, die wirken. Gerade gar keine, weil wir stehen. Die Sportanzeige ist besonders cool, da kann man nur ein bisschen Gas geben. Ja, schnurrt ganz gut. Einmal weiter drücken. Seht ihr, welche Musik wir gerade hören? Never go back. Und dann sind wir wieder bei der Startanzeige. In der Mitte, das haben wir gerade außen vor gelassen, ist das Navi. Da kann man genau sehen, wo man sich gerade befindet. So, jetzt haben wir hier die große Ansicht. Okay. Und wieder rein. Da befinden wir uns. Gleiche Ansicht wie auf dem anderen Display. Beim Live Cockpit Plus und Professional sind drei Jahre lang Kartenupdates kostenlos enthalten. Und zwar werden die entweder over the air oder per USB geupdatet. Um zu schauen, welche verfügbar sind, geht ihr einmal auf Navigation, dann hier auf Einstellungen. Und bei Updates könnt ihr sehen, welche es gerade gibt. Wenn ihr mit dem Navi unterwegs seid, dann gibt es das RTTI, bedeutet Real Time Traffic Information. Das ist drei Jahre lang im Live Cockpit Plus und im Live Cockpit Professional kostenfrei. Hier seht ihr einmal das Navi. Ihr könnt da reinzoomen und seht den Stau. Hier in orange ist leichter Stau, rot ist stärkerer Stau und grün. Bedeutet kein Stau. Die Informationen aktualisieren sich automatisch. Bedeutet, ihr könnt den Stau umfahren, indem ihr einfach immer die neueste Route auswählt. Oder eben schon vorab automatisch einstellt, dass ihr den Stau jedes Mal umfahren wollt. Wie gewohnt gibt es auch hier den Fahrerlebnis-Schalter mit den verschiedenen Modi, die ihr auswählen könnt. Einmal der ökologische Modus. Da ändert sich das Display so. Und der Sportmodus. Das sieht dann so aus. Für alle drei Live Cockpit Varianten gibt es die Connected App. Ich zeige euch die hier mal. So sieht es aus. Wenn ihr auf Info geht und vielleicht vergessen habt, ob ihr euer Auto abgeschlossen habt, könnt ihr das ganz einfach sehen. Egal wo ihr euch gerade befindet. Also ihr könnt so weit von dem Auto entfernt sein, wie ihr wollt. Ihr seht es trotzdem. Meine Türen sind gerade entriegelt. Wenn ihr nicht abgeschlossen haben solltet und das noch machen wollt, könnt ihr hier hingehen auf Remote und ganz einfach abschließen. Außerdem könnt ihr sogar von unterwegs hupen und ihr könnt euer Ziel auswählen. Hier gehen wir einmal zurück. Da war ich gerade schon drin. Einfach, wo möchten sie hinfahren. Da gebt ihr was ein. Ich nehme hier mal eins, was voreingestellt ist. Und so könnt ihr vorab schon eurem Auto sagen, wo es als nächstes hingeht. Jetzt zeige ich euch noch die Fahrzeug-Apps. Entweder könnt ihr hier unten einmal auf diese Weltkugel klicken oder ihr macht das direkt am Display per Touch. Einfach auf Apps, installierte Apps. Können wir zum Beispiel die News anwählen und ihr seht hier alle Nachrichten, die ihr euch voreingestellt habt. Ich jetzt Sport und Panorama. Draufklicken, fertig. Jetzt gehen wir noch einmal zurück und kommen hier zum BMW Store. Da gibt es einmal Dienste, die noch buchbar sind und Dienste, die ihr schon gebucht habt. Ganz wichtig, wenn ihr mal einen Unfall gebaut habt, ist der intelligente Notruf. Über Sensoren im Auto merkt das Auto, dass tatsächlich ein Unfall passiert ist und ein Mitarbeiter versucht euch zu erreichen. Schafft er das nicht, dann wird automatisch die Rettungskette eingeleitet. Wenn ihr andersrum einen Notruf wählen wollt, aber kein Handy dabei habt, geht das trotzdem. Im Auto ist nämlich eine SIM verbaut. Und ihr könnt dann hier oben diese Klappe öffnen, wo SOS draufsteht, den Knopf drücken und damit einen Notruf absetzen. Jetzt eine ziemlich coole Funktion, die sich euch direkt mal selbst vorstellt. Hallo BMW. Was kannst du? Ich bin ihr persönlicher Assistent. Möchten Sie mehr über mich erfahren? Sie kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel das Fahrzeuglicht hier einstellen. Dann kann sie die Temperatur ändern, wenn man ihr das sagt. Sogar wenn man auf dem Fahrersitz eine andere Temperatur haben möchte als auf dem Beifahrersitz. Sie erkennt nämlich, aus welcher Richtung der Auftrag gerade kam. Hallo BMW, stelle die Fahrzeugtemperatur auf 18 Grad. Ich stelle die Temperatur im Fahrerraum auf 18 Grad Celsius. Mit Apple CarPlay könnt ihr euer Auto ähnlich nutzen wie euer Handy. Ihr könnt auf einige Apps zugreifen. Und zwar, indem ihr einfach hier auf Media klickt, hier einmal ins Menü geht, euch eine aussucht. Zum Beispiel Spotify. Das ist ziemlich cool. Die kann man echt genauso nutzen wie auf dem Handy. Hier könnt ihr einfach ein Lied aussuchen. Mach ich jetzt mal. Was ihr aber auch noch machen könnt, ist Whatsapp. Da könnt ihr entweder eine Nachricht bekommen oder eine Nachricht verschicken. Ich habe mich mal für bekommen entschieden. Kameramann Lukas schickt mal eben eine. Da klickt ihr drauf und sie wird euch vorgelesen. Lukas Hülsmann sagt Hi. Möchtest du antworten? Ja. Was möchtest du sagen? Hi. Deine WhatsApp-Nachricht sagt Hi. Bereits? Okay, sie wurde gesendet. Hi. Neben dem Intelligent Personal Assistant gibt es noch eine andere Frau im Auto, mit der ihr sprechen könnt. Und zwar Siri. Dazu einfach hier lange auf das Mikrofon drücken und schon könnt ihr eine Frage stellen. Siri, wie ist das Wetter? Im Moment ist es wolkenlos in Hamburg und es sind 29 Grad. Der Tageshöchstwert liegt bei 31, Tiefstwerte bei 22 Grad. Gut, dass wir eine Klimaanlage im Auto haben. Jetzt wisst ihr schon einiges über das neue BMW Live Cockpit Professional. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann geht gerne auf den Link in der Beschreibung. Da gibt es noch viele weitere Infos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Und für mehr Videos zu BMW und Mini abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020